Hallo und herzlich willkommen zurück zu Samkart und heute spielen wir das Spiel Vegteria und ja ich hab's noch nicht reingeguckt wir gucken mal enter to start ok ja ich glaube das menü können wir auch schon screenqualität 100 blablabla musik machen natürlich raus max fps reichen 60 wir lassen das mal so wie es ist und ja auto play nicht schon wieder lesen bitte da ja ok gut also wir können wohl hier geht's um gemüse ja wir müssen halt gucken dass unser gemüse mal aufgefüllt ist in unseren shop und wir können auch später eine farm kaufen und können selber anbauen wahrscheinlich und selber dann Geld machen müssen wir mehr machen und wir können auch beides machen also wir können eine farm führen und auch so einen shop befüllen ja ok wir starten einfach mal leider nicht auf deutsch aber ein bisschen englisch kennen wir mittlerweile schon so ok ich starte im nirgendwo wo und close oh wie go to your shop in the village ok machen wir wo ist ein village hier wird geackert oha das ist mein shop oder was ne in der baustelle ist mein shop ich hörs hier klimpern aber irgendwie arbeitet hier niemand imaginäre arbeit so dass mein shop na gut da kann ich wohl die die arbeiter hier so ein bisschen nach bisschen versorgen so gute shop in the village habe ich gemacht okay dass mein shop sieht aber klein aus shops building 1 bling 2 tool shop restaurant was ist hier los der lieber fünf kilogramm auf kukum was kukum mehr to shops resivien box take from box so fünf kilo ok habe ich genau to the resivien box wo ist die resivien box kurz er war im bock nee wo muss ich die rein mann ach hier oder was zack maus wie rotate ja nur da rein und jetzt oder wie her ne verstehe ich nicht wo muss die rein wo rein muss das don't have keys ok verstehe ich jetzt nicht wo muss das denn rein gute shops resivien box oder muss das hier hin oder muss das hier hin pick up ah halt da rein oder was jetzt so hier kommen die kurz zurück deswegen ich verstehe es nicht wo muss das denn hin ach hier shops kuku ach so oh man ich dachte jetzt verstehe ich das ich das dass da rein so zack confirm deckel zu und los geht's jetzt verstehe ich das okay hier sind verschiedene shops drinne und die wollen sozusagen was kaufen building 4 jetzt verstehe ich das okay building box hierhin muss ich die dinger bringen tushar collect 2000 dollern beide k von dem shop tuner okay von der tools shop owner okay es klingelt deliver sechs kilo an kreiber zu restaurant ja okay wenn ich es mal habe habe ich aber nicht kann ich irgendwas kaufen nee take box die ist empty okay und jetzt okay passiert nix das heißt du musst jetzt hinter bringen oder was wie soll ich der mitte schützt 2000 dinger sammeln so selb box und jetzt hier confirm jetzt habe ich so verkauft okay alles klar also ist es eine kleine stadt hier sehr klein gehalten okay na gut so wie geht es weiter was hier ah ist doch ein auto hier doch mein auto oder kann ich einfach alles fahren nee wo bekomme ich denn was hier drive reset open doors und du hast hier ist nix drin es ist sogar mein lkw hier was sind das hier für dinger kann ich die öffnen oder so weiß ich nicht pick up ist nix drin ja answer zwei kilo cabbage building 3 okay ja wie bekomme ich denn aber jetzt hier erstmal dings ich muss doch sachen kaufen oh na gut warum einfach you don't have keys ich habe keine keys ja wo kriege ich denn die ganzen keys her von denen habe ich bestimmt auch keine keys auch keine keys ja lustig hallo kann ich bei dir irgendwas kaufen ne auch nicht ja nice lass mich hier raus junger ja wo bekomme ich denn jetzt hier gemüse her kann ich bei dir was kaufen toolshop f shop seatback pickup truck oha du bist aber teuer ja ich brauche jetzt hier irgendwie güter wo kann ich die denn kaufen hä ich habe kein auto und nichts junge ihr wollt da nicht verlangen dass ich jetzt zu fuß hier gehe ich muss doch jetzt hier irgendwo es klingelt schon wieder es klingelt und klingelt und ja toll was soll ich machen ja mach einfach ich habe auch keine wahren aber ich mache einfach kann ich nicht irgendwas bestellen was ist das für ein mist was muss ich denn jetzt machen hier use phone die ganze klingelt dass das in klingelt das war okay also ganz wie gebbets if you leave your boxes or goods out at your shop or vehicles they may be stolen you can sell empty box in a tool shop ok so use phone ich brauche wie viel brauche ich denn 24 also brauche ich 10 jetzt brauche ich 12 12 12 mal cabbage kann ich gar nicht leisten kann man gerade mal 10 mal leisten geht auch nur 10 mal ja und jetzt warten wir jetzt einfach mal eine halbe minuten hier ganz toll ja ok wie viel naja mach ruhig alles voll ich delibere euch das alle ok muss nur mal gucken wohin ok dann öffnet sich das dann muss ich das einfach reinlegen ok gut dieses auto und das ding ist hier wahrscheinlich für die farm die ich irgendwo habe ok wir schauen mal na los dauert aber hier das prinzip habe ich jetzt erstmal verstanden wird toolshop da kann ich so eine dinger kaufen hat er gemeint feedback shop storage nö kann ich nicht kann keine kiste kaufen weide k das ist hier 2000 ok naja dann gucken wir mal so ist es angekommen oha bam 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 man kann sich ja nicht nebeneinander legen nee das geht nicht nee also was ist das denn jetzt willst du denn ja komm noch zu dir mensch hoppla also bringt man das hier rein so take 5 ok muss ich da jetzt rein machen warte mal take vom box deswegen muss ich das da rein machen jetzt verstehe ich das aber da kann ich doch theoretisch auch gleich die ganze box mitnehmen eigentlich wenn immer die ganze box mit was ist denn hier ist ja los los ja ist doch gut ich lief euch jetzt allen was aus keine sorge ich mach das so ein was macht er hä was war das gerade ich dachte gerade er kippt es wirklich aus aber tut er ja gar nicht 1 2 so confirm zugemacht den deckel der nächste mensch ich drücke immer f schon wieder f ok confirm zu willst du auch 2 nächste kiste holen da schon die schon wieder junge ich komme ja gar nicht hinterher hier kann ich die da wieder rein machen nö du mal kann ich die da rein machen ne schade kann ich nicht da rein machen jetzt wollen die schon wieder was haben ich brauche gar nicht mehr weg ich brauche nicht nur warten bis hier die anruft siehst du ruf schon wieder an building 1 habe ich doch gerade eben erst gemacht junge krass junge krass dann bleiben einfach nur hier stehen und schicken das einfach da rein so aber das bis 2000 dollar machen junge geht es euch noch oder was warum ist meine kiste da hinten hin was ist mit meiner kiste passiert ja jetzt verstehe ich das der stahlkohl nein ich meinte erstmal die anderen kiste kann dann weg und die kiste können wir auch mal ich finde es ja ein bisschen zu klein muss ich sagen hätte man ruhig mal ein bisschen mehr platz nehmen können egal jetzt erstmal alle hier abklappern die wir noch nicht so haben so da kommt auch zwei rein zack zack so zu den deckel so was willst du auch zwei zack zack bitteschön du möchtest auch zwei ja was frage ich überhaupt ihr wollt alle immer nur zwei kiste dahin zack verkaufen ja so machen wir das ne 6 cabbage oh die lieber 4 kg kokumba zu bilden 4 kokumba 4 genau machen wir liefern lassen so ich glaube ich habe mir viel zu viel dinger gekauft ja ja er braucht hier sechs stück zack ich glaube du musst das gar nicht hin ich glaube die kiste für ein restaurant fehlt irgendwie da hinten ist da hinten ist ja es einfach ganz simples prinzip man kauft das dann liefert man das aus und ja damit uns halt nicht selber kaufen muss tut man dann nachher eine farm kaufen und der ganze miss selber anbauen wo geht es denn hier raus diese fenster gar nicht wissen wie oft der entwickler selber dadurch gelauschen ist oder hängen geblieben ist so meine ich das auch noch eine ausdauer ist ja lustig so was willst du denn 77 kilo okay eigentlich brauchst du die kiste nur zu kaufen und überall eigentlich verteilen oder rumschleppen aber ach so nieder wenn die ja geklaut stimmt die werden dann geklaut ja so sechs stück zack so hat er zurück willst du denn cabbage ok building 3 das muss ich jetzt alles erstmal ein bisschen reinpacken ich dass es mir wirklich alles geklaut wird das wäre natürlich blöd glaube ich habe viel zu viel salat gekauft aber egal wer weiß wofür ich das brauche dafür so zack zack gucken sind das wahrscheinlich war der ist leer ok telefon klingelt gerne 15 kilo zum restaurant naja gut ja was sind das jetzt hier tag 10 kilo 7 kurkumba zum shop ok und wieso macht er das nicht mit den mit den dingern hier das verstehe ich nicht wieso macht er das nicht mit den mit den salat dass ich sozusagen eine einkaufstüte machen kann das verstehe ich natürlich nicht und so erschöpft weil ich so viel gerannt bin aber was willst du denn hier sieben kühler zu shops schon wieder so take 5 das sind alles so eine kurken soll der gebetsch drei stück kann nicht mehr also die karton mitnehmen jetzt nicht ist das nervig mit dem telefon die wollen es nicht was wollen die die wollen 13 gps oder 15 sogar diese tür alter was ist das zu den laden das mal kein money bringt weil sie auch nicht so was hier passiert dadurch schon werden ausgekippt aber ist nur offen nein wo ist mein karton hin alter ihr trickser junge wo ist mein karton ist der hier durch geflutscht oh scheiße ey ist doch jetzt gemein ist mein karton weg geflutscht die wurden mir wohl geklaut scheiße das ist ja gemein das ist echt gemein so kokumba 7 wohin shop 93 aber es dauert echt lange einmal 2000 dollar zusammen hat also ich bitte euch der lever 4 kokumba karton könnte behalten ich bin ich kombinieren natürlich nicht aber wo muss das hin building 4 ok bildung 1 auch 7 links bei den drei bilden vier gott ja ich weiß man kann sich die kiste dann noch mitnehmen aber dass man so mal so mache das ist manchmal direkt neben unsere rennen einfach ums leben ist manchmal echt schneller weil ich das in die kiste gepackt habe dann muss ich das aber da raus und da wieder rein wollen jetzt alle kurkuma wollen die ich alle immer noch cabbage ok so deliver 7 kurkuma das gurken oder was sagt 115 es dauert echt lang sehr echt heftig sollen sie alle wieder cabbage haben ja aber er musste bestimmt drei stunden lang das ausliefern damit du 2000 dollar kriegst schon heftig aber die wollen es immer mehr nicht nur zwei und die wollte es teilweise schon drei haben und sowas ja die wollen immer mehr haben building 1 ist hier das haben wir schnell nächste kiste ich glaube sie die ganzen kisten wo ich war mir denn hier acht okay das dauert also noch ich könnte die ganze kiste rein schmeißen ach kilo da wie gar nicht doch hier aber noch glück drei kilo ist hier vorne 8 8 ich habe ich sogar was willst du noch da kann ich dir nicht hier rein machen was ich wofür die box sonst hier ist so zumal hier 5 also bei nur 3 3 kilo ok gut 167 naja kurkuma ein kilo habe ich ja noch muss noch mal was bestellen glaubt zehn kilo ist immer eins und dinge so und hier sind immer fünf stück drin genau was will der haben kurkuma acht und das klingelt und klingeln klingelt ist echt heftig aber so höre ich werde umso mehr wollen die halten haben so deckel zu sagt und hier die will noch drei haben wo die kisten sollte ich auch mal wegbringen das recht anstrengend ohne auto aber wie es was zu tun ja man wartet wir wissen was der große shop einbringt dünn 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 so eine kette das spiel auch irgendwie walking simulator nennen ja hin und herlauf simulator muss ja noch alle einzel verkaufen so jetzt natürlich keine waren mehr hier kurkuma habe ich kurkuma gekauft ja manche wollte den haben mir das heißt ich mache sieben und dann mache ich den anresten auch hier rein der muss er nämlich nicht überbleiben was wird sie denn noch acht kilogramm union ok da können wir auch mal bezahlen union gucken jetzt wollen sie langsam das andere zeug haben cabbetsch vier hoch 2 gut ich bin gespannt was er einbringt 60 60 hat eingebrannt das war's mehr gibt gibt er mir nicht krass das ist schon heftig okay gut ich denke wir haben es so wir gucken noch mal kurz was onion einbringt aber hier so cabbage ist echt witz das heißt im endeffekt können wir die aufträge eigentlich ablehnen vielleicht kommt der bessere bei cabbage lohnt sich einfach gar nicht das ist einfach zu viel wie viel ist hier drin 10 wir brauche ich dann 88 dann passt das ja gut mal gucken wie viel bringt mir das ein 30 heute ich schufte doch hier nicht drei stunden da würde ich ja das schon heftig da schon heftig peiling kein mensch ganz ehrlich ja kein mensch macht hier drei stunden vier stunden lang dasselbe weiß ich nicht aber egal okay gut ja ich denke damit haben wir es wir wissen worauf sie ankommt er zahlt die klappe 36 kilo ja okay das wäre noch gut also groß aufträge ja könnte man die unten machen und die klein macht man halt größere so ok gut ich denke wir haben es ja so ich jetzt sagen es ist halt schlicht gehalten schlicht klein ich frage mich was diese baustelle hier soll die passt nun gar nicht zum setting irgendwie keine ahnung ja mit den lkw fährt man wahrscheinlich von hier das dach runter oder eben zur farm wahrscheinlich mit dem auto ja keine ahnung kann man glaube ich dasselbe machen man packt das seit hinten drauf und ja das bis zu sagen mobil mit ein kisten und aber ansonsten ist es hier für echt zum walking simulator man stoppt halt das zeug was man kauft einkauft irgendwo da rein und dann war es dort und das telefon bimmelt alle zwei sekunden ja mehr kann man zu dem spiel nicht sagen mehr ist da nicht und ja hat das video gefallen lass gerne mal ein like da möchtest du mehr von mir sehen möchtest du mehr von solchen videos sehen und auch von anderen spielen nicht nur solche langweiligen spiele also für mich war es langweilig dann würde ich mich auch und abo freuen und wir sehen uns im nächsten video macht's gut tschüss